Riesiger Patzer bei Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, zum Thema Bürgergeld. Nicht nur muss er seine pompösen Ankündigungen von Anfang 2023 komplett zurücknehmen, nein, er muss jetzt sogar Sanktionen verhängen gegenüber Leuten, die das Bürgergeld empfangen, aber eben keinerlei Jobangebote annehmen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, wir merken es immer mehr und mehr, obwohl ja die SPD auf ihrem Parteitag weiterhin massiv viele Beschlüsse getroffen hat, die in Zukunft alle fleißigen und arbeitswilligen Menschen in Deutschland belasten, werden sie jetzt auf der anderen Seite immer wieder auch von der tatsächlichen Realität eingeholt. Nämlich, dass das Verfassungsgericht ja geurteilt hat, dass man sich in Zukunft nicht mehr einfach so wie beim Bingo eben dem Haushalt zusammenstellen kann, aus einzelnen Jahren, verschiedenen Sonderschulden, die man macht und so, sondern dass das alles sich eben gemäß der Schuldenbremse eben auch an die Verfassung halten muss. Und deshalb gibt es jetzt einen Rückzieher bei Hubertus Heil. Und tatsächlich werden jetzt Leute, die also zum Beispiel überhaupt gar keine Jobs mehr annehmen, nach zwei Monaten, wenn sie das also in diesem zwei Monaten Zeitraum nicht mehr tun, dann eben das Bürgergeld so weit runtergekürzt, dass sie, jedenfalls so steht es auf dem Papier, nur noch eben das Geld für die Wohnung bekommen, also dass der Staat eben die Miete zahlt. Das ist deswegen unfassbar interessant, weil es natürlich eine komplette Rolle rückwärts von der Politik ist, die damals Hubertus Heil eben auch Ende 2022, Anfang 2023 und so weiter angekündigt hat. Dort hieß es nämlich die ganze Zeit, ja, das sind die ganzen kaltherzigen neoliberalen Kapitalisten wie Friedrich Merz und so, die mit blankem Populismus einfach nur Stimmung machen wollen und so. Und damals war es nämlich so, dass, ich lese mal ganz kurz vor, seit Anfang 2023, wer sich weigerte, eine vom Jobcenter angebotene Stelle anzunehmen oder sich weiterzubilden, musste in den ersten sechs Monaten keine Abstriche bei den Geldleistungen hinnehmen. Sanktionen könnten faktisch erst nach neun Monaten verhängt werden. Und noch vor ein, zwei Monaten, es war noch nicht lange her, ich kann mich gut erinnern, tönte auch der Arbeitsminister hier bei Hart aber fair, dass man ja bescheuert sein müsse, wenn man etwa aufs Bürgergeld zurückgreife, obwohl man ja eigentlich arbeiten könne. Hören wir noch mal ganz kurz rein, was er hier zu sagen hatte. Keine gute Idee. Ja. Keine gute Idee, wir können uns ja aber mal die Höhe angucken, Sie sagen keine gute Idee, aber es geht, die Frage ist ja, wie viel genau ist der Unterschied zwischen Bürgergeld und, und dann vielleicht, bevor Sie es einsblenden, eine Klarstellung. Jemand, der wirklich, ich sag das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erst mal kein Bürgergeld, der kriegt erst mal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, man muss bedürftig sein, und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens auch Leistungsminderung, also die Geschichte. Genau, so viel zur Theorie. In der Praxis haben wir aber anhand der zahlreichen Statistiken gesehen, dass es mittlerweile über zwei Millionen arbeitsfähige Menschen gibt, die eben diese Leistungen beziehen, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten, dass es auf der anderen Seite tausende und aber hunderttausende offene Stellenanzeigen gibt, auf die sich keiner mehr bewirbt, und dass es zahlreiche Studien, Umfragen von den Verbänden, eben Analysen gibt bei den Arbeitgebern und so, wo die sich sogar sagen, manche geben sogar offen und ehrlich zu bei der Jobkündigung, dass sie damit besser bei rumkommen, wenn sie einfach ins Bürgergeld gehen. Und obwohl natürlich jetzt wieder zu erwarten ist, dass das Ganze mehr heiße Luft ist, als dass tatsächlich etwas folgt, finde ich es schon interessant, dass jetzt hier Hubertus Heil eine komplette Kehrtwende macht, noch von seiner großen Ankündigung damals, hinsichtlich zu den folgenden Maßnahmen. Denn hier steht jetzt wie folgt, Totalverweigerung wird die Regelleisterung für bis zu zwei Monate komplett, also zu 100% gestrichen. Lediglich die Wohnkosten zahlt der Staat weiter, damit der Arbeitslose nicht obdachlos wird. Die neue Sanktion soll bis zum 2. Januar 2024 in der Regierung abgesegnet werden. Dann schnellstmöglich möglich im neuen Jahr greifen. Aha, arbeiten die jetzt also alle in einer kleinen Silvesterschicht und wollen das bis zum 2. Januar 2024 beschließen. Interessant ist das Ganze vor allem deshalb, da natürlich auch Hubertus Heil jetzt aus den eigenen Reihen und der eigenen Koalition wiederum von linksgrüner Seite massiven Gegenwind bekommt jetzt bei diesem Thema, dass man eben Leute, die jetzt zum Beispiel über längere Zeit keinen Job annehmen, Sanktionen erhebt. Zum Beispiel bei unserer besten Freundin hier Sarah Lee Heinrich. Ihr erinnert euch von den Grünen, die sagt, wie kann ich eine Klage in Karlsruhe einreichen? Frage für einen Freund. Sie würde wohl am liebsten hier gegen Hubertus Heil beim Verfassungsgericht vorgehen. Und auch bei den Jungsozialisten. Chef Philipp Thömer schreibt, in keiner noch so liberalen Lesart des Grundgesetzes ist es mit der Menschenwürde vereinbar, Sozialhilfeempfänger als Sanktionen hungern zu lassen. Zu einer Vollsanktionierung des Bürgergelds darf es unter gar keinen Umständen kommen. Ja, also hier muss ich an dieser Stelle sagen, hätte man beispielsweise in Deutschland ein massives Problem, aktuell Arbeit zu finden, ja, dann könnte man natürlich aus diesem sozialen Gesichtspunkt argumentieren und sagen, hey, schaut mal, wir suchen überall Jobs, aber wir bekommen keine Angeboten und ich habe mich so überall motiviert beworben, schon 50 Bewerbungen abgeschickt. Nirgendwo kann ich dort irgendwie angenommen werden. Und wenn man das dann vorzeigen kann beim Jobcenter, ja, wer sagt denn dann irgendwie, dass man diesen Leuten nichts geben sollte? Ist doch völlig klar. Aber diese Situation haben wir ja gar nicht. Wir haben ja am Arbeitsmarkt eine unfassbare Nachfrage nach Arbeitskraft und auch die Möglichkeiten, die man bei den Arbeitsämtern, Jobcentern und so bekommt, zur Weiterbildung sind unendlich, ja. Man bekommt alles dort ohne Probleme auch bezahlt, wenn man eine neue Ausbildung und so weiter macht. Das heißt, es gibt Förderung noch und nöcher und überall Jobangebote. Also mit diesen billigen Ausreden kann sich jeder, der tatsächlich arbeiten kann, es aber einfach nicht tut, in Deutschland nicht mehr rausreden. Egal woher er kommt, egal wer er ist und damit basta. Und deswegen ist es auch völlig richtig, dass diese Maßnahme endlich hier umgesetzt wird. Ich glaube aber leider nur, dass es ähnlich wie beim Chef von Hubertus Heil, also beim Kanzler, der ja auch noch vor einigen Monaten sagte, jetzt muss massiv abgeschoben werden und bla bla bla, so dass die ein oder anderen, die das in den Medien beobachteten, vielleicht schon gedacht haben, Moment mal, Moment mal, ist das nicht genau diese Art von Vorschlägen, die man noch vor einem halben Jahr bei der Union und noch vor zwei, drei Jahren bei den Urhebern der meisten der Ideen, nämlich bei der Opposition AfD, immer als menschenfeindlich und so weiter angesehen hat. Und jetzt macht man diese Vorschläge in der SPD selbst. Sehr merkwürdig. Aber so ähnlich wie dort wird es wahrscheinlich auch hier mit diesen Maßnahmen sein. Wir werden das natürlich weiterhin beobachten, ob nach all diesen ganzen Ankündigungen von Hubertus Heil tatsächlich auch etwas umgesetzt wird. Man muss nämlich auch sagen, und hier im Fokus steht das ja auch noch drin an dieser Stelle und das finde ich sehr interessant. Schaut mal hier. Nämlich mit der neuen Regel will die Koalition einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Damit lässt sich allenfalls ein kleines Haushaltsloch stopfen. Die Staatsfinanzen lassen sich so jedenfalls nicht sanieren. Hier wird natürlich jetzt wieder nicht verstanden, dass es natürlich dabei eigentlich überhaupt gar nicht darum gehen muss, irgendein Haushaltsloch zu stopfen. Diese paar hundert Millionen und so weiter, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass in Deutschland wieder mehr gearbeitet wird. Mehr Leistung erbracht wird. Der Schaden ist doch nicht primär, obwohl dieser natürlich auch beträchtlich mittlerweile geht, dass auch in die Milliarden, was jeden Monat an Bürgergeld gezahlt wird. Dieser Schaden, der ist natürlich auch da. Das ist völlig klar. Aber der eigentliche volkswirtschaftliche Schaden entsteht ja dadurch, dass gar keine produktive Dienstleistung und Wohlstand erst geriert wird. Es ist also das, was alles gerade nicht entsteht in der Wirtschaft, was eben durch mangelnde Arbeit, die erbracht wird, eben jetzt hier der eigentliche Schaden ist, den man eigentlich endlich mal lösen sollte. Es geht also nicht primär darum, dass man mal ein paar hundert Millionen im Haushalt stoppt. Es geht darum, dass Deutschland als Volkswirtschaft, als führende Wirtschaftsnation in der Welt wieder nicht nur dann erstmal wahrgenommen wird, sondern eine Aufbruchstimmung herrscht, die halt wieder zu einer Größe führt, dass man eben ein vernünftiges Wirtschaftswachstum hat. Und dann ist auch genug von mir aus an Sozialmaßnahmen auch da, was man dann wiederum auch verteilen kann. Ja, aber viel, viel, viel wichtiger ist es eben wieder Wachstum zu besorgen, weil sonst wird es immer mehr Verteilungskämpfe geben, immer mehr Forderungen von Philipp Türmer und den anderen Users nach noch mehr Umverteilung und Abgaben. Und das wird eben die tatsächlichen Leistungsträger noch schneller und noch weiter weg aus Deutschland zum Auswandern bringen.